Hi Leute, ich wollte mal so ein Video machen, so ein Aufklärungsvideo, was in letzter Zeit oder was ansteht oder warum in letzter Zeit kein Video kam oder so. So, dass ich letzte Woche ziemlich krank war, dass ich dann vor die Woche drei Wochen im Praktikum war und da nicht wirklich Zeit hatte, irgendwas zu machen. Und dass halt jetzt wieder die Schule anfängt und ich ein bisschen Stress habe in der Schule und so. Und wie gesagt, ich war eher krank und vielleicht hört man es noch in meiner Stimme. Aber ich habe jetzt noch eine Woche Schule und dann werde ich vielleicht, also ich weiß es noch nicht genau, ich hoffe es, vielleicht nach Solingen fahren. Zu meinem Onkel und Tante und dann mit denen nach Köln fahren und da würde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, das ist, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wieder mehr Videos zu machen. Und hey, irgendwie seht ihr öfters diese Lampe, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, also... Na, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schöne Woche und bis bald. Ciao, Leute!